Und heute geht es endlich los. I wanna be with tribute. Oh yeah, Leute. Ich werde es nochmal wiederholen. Ich bin gerade leider nicht da. Das heißt, ihr seht meine Videos, aber ich weiß nicht, dass ihr sie guckt. Beziehungsweise ich weiß schon, dass irgendwer sie gucken wird, aber ich kann euch nicht antworten, wenn ihr mir irgendwas dazu sagen wollt oder so. Schreibt trotzdem, ich bin in ein paar Tagen wieder da und dann hole ich das Ganze einfach mal komplett nach. So, wir wollen hier hoch, wir wollen hier hoch, wir wollen da rüber und wir wollen hier rüber und es ist immer noch drei Uhr morgens. Oh, meine Presse. Oh, du, 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 du. Böse, böse. Und wie ging das nochmal? So, nicht mit einer Plattform aktivieren. Irgendeine hier vorne am besten. Oh, boah, wie ist so die Schnelle? Wieso müssen die unsichtbar sein? Wieso habe ich vergessen, wie das ging? So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Wie? Ach. Ihr beiden da unten geht mir so auf den Geist. Zack. 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 Okay, noch mal. Hopp. Ui. Hopp. Kann ich das eigentlich auch, klar. Gut, aber schön, dass man sowas mal herausfindet. Ui. Und wie. Und wie. Und wie. Ui, wie, wie, wie. Jetzt geht hier runter. Und jetzt geht hier runter. Äh, rauf. Rauf. Ey, Mero, wie kommst du auf runter? Lernet ihr euch jetzt fragen. Also spät. Ich bin müde, aber ich will aufnehmen. Und zack, bumms. So kommt das Ganze zustande. Okay. Ich kann kotzen. Ich kann so kotzen. Das ist zum Kotzen. Das ist zum Heulen. Das ist... Oh mein Gott, ich bin so eingerostet. Was so ein paar Wochen ausmachen kann, ne? Timing, ey. Habe ich überhaupt nicht mehr. Ich kann... Was kann ich eigentlich noch? Der Anfang sah noch gut aus, aber der Anfang war auch nichts hiergegen. Hepp. Nein. Hepp. Nein. Hepp. Ja. Okay. Ach man, die da unten. Die kann mich mal kreuzweise... Zack. Bombs. 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 So. Ui. Okay. Bis hingeht. Und dann will ich mich... Äh, jetzt fallen lassen. Ja, man. So. 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 Und runter, runter, runter. Ja. Diese letzte Plattform ist für den Arsch. Ich weiß auch nicht, warum ich das... beim letzten Mal noch hingekriegt habe und heute will ich es nicht mehr. Okay. Okay. Oh. Hm. Perfekte Scheiße. Und ich werde mich auch noch nicht aufregen. Das hat noch lange nicht den Wutmodus aus... dem Geilkampf erreicht. Da wird's noch zauern, Leute. Aber ich denke mal... Och Gott, was mache ich denn? Den werdet ihr auch noch zu sehen kriegen. Hopp. 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 Wie. Nein. Jawohl. Gut, bis hierhin habe ich's jetzt. Nein, 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 nein. 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 Vier Minuten im Video und was habt ihr gesehen? Diesen Raum. Ich freue mich schon. Das wird ein tolles Projekt. Das war eine tolle Idee. Hey, ich habe I Wanna Be Wo Geige geschafft. Ich kann gleich noch die Remakes socken. Am besten alle direkt nacheinander. Das wird eine Menge Spaß. Dumbo hat tolle Ideen. Oh mein Gott, ey. Was bin ich ein Idiot. Fuck you. Fuck you. Fuck you. You ganz besonders. Nummer 6. Oh Gott. Nummer 1, 2, 3... Ja, doch 6. 6 war richtig. Wow. Auf was ich neben der Spiele achten kann. Doch, das war geil. Und da ist sogar noch der Block runtergefallen. Das heißt, ich war verfickt nochmal schnell. Und oh mein Gott. Die Plattform da ist auch. Verfickt nochmal schnell. Die Mimmen war gar nicht gefallen. Aber ich muss da glaube ich gleich drauf... Oh, oh, oh. Oh, nein. Nicht auf die Tour. Nicht auf die Speed-Plattform da. Komm. Triggere mich hier. Och Gott. Entschuldigung, dass ich das jetzt so vorsichtig angehe. Aber wihihi ist absolut nicht meine Geschwindigkeit. Ich bin eher ein Fan davon. Oh Gott. Oh, du verdammte Plattform. Ich hab dich erwischt. Ich will die langsamer. Oh, mein Gott. Boah, da ist mir das Herz stehen geblieben. Oh. Fuck you. Dich will ich haben. Dich will ich... Nein, die schubsen mich immer runter. Ach Gott. Okay, hier bewegt sich eine Menge. So viele Plattformen, so viele Geschwindigkeiten. Ich kann mich nie entscheiden. Die sieht nach einer guten Ball. Ja, die ist gut. Ich glaube, die... Da... Verfickt nochmal. Nehme ich's. Ja. Na ja. Och Gott. Irgendein erwischen und wieder hoch. Komm. Sag mir bitte, dass das hier die letzte ist. Sag mir, dass mich jetzt keine mehr runterschopst. Juhu. Juhu. Das... Was? Nein. Nein. Ähm. Ist das gut? Verdammt, ich brauch die. Dang it. Dang it, mach schneller. Hepp. 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 Hei. 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 Ah, wer bist du denn? Oh. Was zur Hölle? Okay. Ach ja, ich brauch... Ach Gott, ich brauch die Blöcke. Hepp. 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 Okay. Beeil dich, Plattform. Beeil dich, Plattform. Beeil dich, beeil dich. Runter. Okay, okay, okay. Runter, 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 runter. Und wir wollen runter. Und wir wollen da rauf. Und wir wollen da rauf. Auch da noch rauf. Und dann mal rüber. Jetzt wollen wir hier rüber und einen Boss bekämpfen. Gotta fight off the boss. Bei dem wir nur so gerade eben drüber springen können. Wie lahm ist das denn bitte? Kann der noch was außer diesem Angriff, der scheinbar reicht, um mich zu vernichten? Bin ich echt so weich? Aber ich hab einen Methool-Helm. Hallo, ich bin ein Methool. Ich kann mich unter meinem Helm verstecken. Am Arsch kann ich das. Ich kann gar nichts. Ich bin bekehrt. Ich hab ein... Oh Gott. Jawohl. Jawohl. Zack, 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 zack. Häpp. Zack. Zack. Oh, häpp. Nein. Wieso krieg ich denn das zweite Mal hier hin? Häpp. Häpp. Okay. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, das ist endlich mal ein Boss in meiner Größe. Das finde ich ganz schön. Nicht so wie bei A One-A-Viva-Game. Ihr bääääms, ihr füllt den ganzen Bildschirm aus, sondern bäääms, du bist vielleicht fünfmal so groß wie ich. Und nicht bäääms, du hast das. Hunderttausendfache meines. Geile Sache. Ich glaub, das werde ich zu meinem Vorteil nutzen. Lalalala, lalalala, lalalala. Oh, ich glaub, das kann ich nicht zu meinem Vorteil nutzen. Verdammt. Verdammt. Aber ich will ihn besiegen. Ich will dich vernichten. Ich will dich vernichten. Ich will dich einfach mal vernichten. Und dann geht's da auf. Okay. Und er schien auch nicht das meiste auszuhalten. Den Block. Den Block. Den Block. Hui. Und die Plattform kommt. Und sie kommt. Und bumms. Und, ähm, Leute, wenn ihr das seht und wisst, wer dieser Boss sein soll, sagt mir das mal bitte, denn diesmal hab ich keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung, wer das sein soll. Aber er sieht mir ein bisschen aus wie ein Mantis. Nein. Och. Wegen dem. Ach. Klauen, die er da hat. Und hepp. Ah. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Bums. Hepp. Und go, 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 go. Bums. 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 Rein da. Ein paar Treffer rein, ein paar Treffer rein, ein paar Treffer rein. Und über ihn. Ganz viele Treffer rein. Vielleicht ganz... Nein. Okay. Ich riskier zu viel. Ich bekämpfe ihn jetzt auf die Oldschool-Methode. Ballern, ausweichen, ballern, ausweichen, ballern, ausweichen, vernichten. So wie wir es schon immer getan haben. Wir wollen hier keine schicken Tricks von wegen, yeah, ich kann nicht besiegen, ohne dass du was machst. Also da müsste ich Turbo für aktivieren und das wäre langweilig für euch. Das werde ich machen, wenn ich innerhalb von zwei Stunden nicht besiegt habe. Aber doch nicht jetzt schon. Mir gefällt nicht, wie hoch ich da springen muss. So rum. Wuuuui. Bums. Wuuui. Und komm, 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 komm. Runter. Drüber. Und rüber. Und rüber. Und wuuui. Oh, das ist ein Typ in lila.